jo hallöchen freunde herzlich willkommen zu einem weiteren let's play von siev mit euren woopdevil 72 den christian schön dass ihr wieder dabei seid ja wir sind jetzt in diesen schloss oder dieser burg da müssen wir mal gucken wie es jetzt gleich mal weiter geht hier wo wir lang müssen von da sind wir gekommen ah da lag doch noch was mal schauen ob hier hinten noch ein kurzes ist und Die Fallen sind neu. Baronoid Northcrest hat wohl Angst vor Besuchern. Ich sollte aufpassen. Ah, hier müssen wir wohl vernünftig lang hingucken. Mach keinen Krach hier. Die Fallen sind neu. Die Fallen sind neu. Die Fallen sind neu. Da werden wir später hingehen. ich muss noch mal runter, das ist eine Tür, die lässt mir keine Ruhe, bevor wir da nicht mehr hinkommen dann kommen wir auch zum Aufmerksamkeit Ich werde kämpfen und mich nicht verkriechen. Ich friere. Ein Königreich für einen heißen Kaffee. Halte du Wache. Ich sehe mich mal um. Ich konnte mich nicht mal verabschieden. Hoffentlich geht es ihr gut. Das tut weh. Vielleicht schlafe ich heute noch. Ich weiß nicht, ob er das vorsichtiger soll. Bei den ganzen Wachen, die hier sind. Oh, das war knapp. Mir knurrt der Magen. Harte Zeiten. Mal ganz ruhig stehen bleiben hier. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Fühlst du dich auch manchmal beobachtet? Das sind nur die Gemälde. Ganz ruhig. Das ist nichts. Also verletzten die, die nösen 중 Danger. Nicht nur die Fälle sind. Das kann ich nicht mehr vor. Das ist ein Kind. Die Francois zur Stauberin... Untertitelung des ZDF, 2020 Du siehst mich nicht. Das tut weh. Diese Warterei bringt mich um. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Nicht wie ein gemeiner Dief. Mhm. So müde. Ich brauche mehr Schlaf. Ich fühle mich nicht besonders. Der andere Flügel ist zu ungeschützt. Gibt es dort einen Zugang zu den Gemächern des Barons? Wurde durch den Unfall zerstört und nie repariert. Eine Todesfalle. Sir, dürfte ich etwas sagen? Mir ist vorhin aufgefallen, dass niemand die Kanalisation bewahrt. Ich brauche auch das ganze Team. Ich brauche den Ausbebebebebebebebebebebe. Wir brauchen die Kanalisation. Jetzt muss ich... Ich brauche die Kanalisationen. Ich brauche die Kanalisationen. Ich brauche was zu trinken. Schön, dass die Männer des Barons nicht hungern müssen. Wäre auch nicht schön, mit knurrendem Magenbettler zu hängen. Verarbeitet schon gern mit Knurren im Magen. Untertitelung des ZDF, 2020 Gut. Ach ja, wer schlussknacken, ja. Ja, wer schlussknacken. Na ja, dann werden wir mit anderen Weg kommen, okay? Ja. Oh, das ist halt gleich weg. Oh, das war nur noch da. Oh, einer meiner Zähne wackelt. Hoffentlich macht jemand Ärger. Ja, dann weiß ich ihn zurecht. Ich brauche ne Pause. Ich bin neuerdings so müde. Die Nacht dauert ewig. Hoffentlich kriege ich nicht die Schwermut. Ich bin neuerdings. Königreich. Königreich für nen Kaffee. Ob, schön. Hast du mir gegen das Mikro gekommen? Was zum... Und? Sieh mal nach. Das ist keine Nacht, in der man sich mit mir anlegen sollte. Das sind bestimmt nur meine Nerven. Wenn da nichts ist. Wenn da nichts ist, was machst du da noch hier? Verdammt nochmal, das gefällt mir nicht. Die Straßen sind nicht mehr sicher. Das Wetter schlägt uns. Das Trockenfleisch hier erinnert mich an die ausgetrockneten Leichen auf den Straßen. Ich werde krank, das spüre ich. Ich werde diesem Mistgeall beibringen, was es heißt, mich zu betrügen. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Ich weiß gar nicht, wann der Baron sich das letzte Mal gezeigt hat. Ich bin nicht ohne Grund so weit gekommen. Das müssen Sie kapieren. Hoffentlich kriegt sie nicht die Schwermut. Ich würde sie ungern töten. Sie mögen mich nicht? Gut. Das müssen Sie auch nicht. So. Und ob ich das schaffe, das sehen wir beim nächsten Let's Play, wenn es dann wieder heißt. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Tschüss. 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 Tschüss.